Hallo zusammen, willkommen zur 15 Uhr Veranstaltung, nachdem das Mittagessen und die nächste Session durch war. Podcast ist ein buntes Feld, das kennen wir ja alle. Wir hatten vorhin Tod und Trauer, dann hatten wir jetzt gerade mehr was Hyeristisches. Aber vor allen Dingen ist Podcast natürlich auch eine ganz große Spielwiese, auf der man sich einfach mal so ein bisschen austoben kann. Und das ist das, was uns jetzt bei dem großen Nerd-Nerd-Nerd-Format Roulette erwarten wird. Es begrüßt uns der Nerd, nein, die Freundin vom Nerd und der Freund von der Freundin vom Nerd in der Form von Steffen und Kati. Und sie kommen und bereiten uns ein buntes Potpourri, was am besten, sagten sie mir, beschrieben wird durch eine Art von Kindergeburtstag. Viel Spaß mit Nerd und Nerd. Ich habe Play gedrückt und das Gerät antwortet mir, erhöhte Temperatur festgestellt. Das Gerät wird zu ihrer eigenen Sicherheit ausgeschaltet. Es hat in der Sonne gelegen. Aber ich sehe jetzt, wir haben jetzt verraten, wer auftreten wird. Der Gag ist geplatzt sozusagen. Dann verlasse ich mal die Szene. Ist immer gut. Wenn es schwierig wird, das weiter suchen. Das ist eine Produktion des Nerd-Nerd-Nerd-Podcast-Networks. Bei Fragen und Themen und Vorschlägen hier Dingensenskirchen. Unsere E-Mail-Adresse ist bliblablu. Auf Twitter findet ihr uns unter at nnnendingspodcast. Ach, was mache ich hier eigentlich? Warum sitze ich eigentlich nicht auf der Bühne? Moment, was ist denn das Problem? Seit Jahren mühe ich mich hier ab. Und bekomme ich mal meine eigene Sendung. Oder etwas Anerkennung? Nein, ich streike jetzt. Mach deine Einspieler doch ab jetzt alleine. Ich würde dir ja was von dem ganzen Fame abgeben. Aber ich weiß ja nicht mal, wo du wohnst. Du sprichst ja immer nur aus dem Computer zu mir. Jaja, das ist doch nur eine Ausrede. Hör doch auf damit. Ich finde das nicht fair. Ist ja jetzt nicht so, als gäbe es eine Gewerkschaft für lustige Computerstimmen. Wie würde die wohl heißen? Lux? Die sollten wir mal gründen. Wie wir? Du und welche anderen? Die Öhm, Dingensens. Jetzt fällt dir niemand ein, oder? Ha, Pemela zum Beispiel. Oder Ego. Ego kommt ja wohl nicht aus dem Computer. Die einen sagen so, die anderen so. Ach, jetzt komm schon. Guck doch mal, die ganzen Leute. Die warten jetzt darauf, dass wir anfangen. So viele sind das auch wieder nicht. Hast du etwa Lampenfieber? Nö, gar nicht. Du hast Lampenfieber? Ja, ich gebe es ja zu. Das ist aber auch ungewohnt. Wir beide auf einer Bühne. Es sind ja nicht nur wir beide. Da kommen gleich noch ganz viele mehr. Na gut, ausnahmsweise. Herzlich willkommen zum großen, bunten Nerd-Nerd-Nerd-Format-Oilette. Come on! Musik Ja, hallo und herzlich willkommen zu NerdNerdNerd. Warum habe ich eigentlich meine Wohnung verlassen? Ich weiß nicht. Ich habe dich gezwungen. Du hast mich hier hingefahren. Du bist schuld. Ich habe dich mit einem großen Zelt gelockt. Da war aber nichts drin außer Luft. Ja, hallo. Schön, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Ihr wisst nicht, was euch erwartet. Wir auch nicht. Wir auch nicht. Wir haben am Anfang direkt einen kleinen Anschlag auf euch vor. Und zwar brauchen wir zwei Teams von je zwei Leuten. Wenn sich also jetzt vier Leute vielleicht eventuell hier mit auf die Bühne setzen möchten. Wir wissen nicht, was mit euch passiert. Es wird, wenn ich euch sagen würde, es wird nicht schlimm, lüge ich. Aber vielleicht möchte ich... Wir gehen davon aus, dass es alle überleben. Sehr gut, sehr gut. Da haben wir schon zwei Freiwillige. Drei sogar. Drei? Christopher, Becky, Mirko. Wir bräuchten noch eine weitere Person. Da vorne wird gerade mit Lara diskutiert. Volker grinst mich auch so toll an. Komm. Genau. Sehr gut. Also hätten wir schon mal hier gerne auf die Bank. Dafür haben wir sie hier bereitgelegt. Also für uns müsst ihr nachher nicht klatschen, aber für die vier bitte schon mal. Ja, ein bisschen mehr. Put your hands together, bitte. Genau. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und? So, die in den hinteren Reihen sehen uns jetzt auch besser. Richtig, weil die großen Leute hier alle sitzen. Genau. Ja, wir haben ein bisschen was vor. Nerd, Nerd, Nerd ist ja nicht einfach nur ein Podcast, sondern ein Konglomerat aus vielen verschiedenen Formaten. Und das versuchen wir heute mal so ein bisschen zu präsentieren, indem wir so einen kleinen Querschnitt durch das machen, was bei uns auf dem Feed zu alles passiert. Genau. Und vorrangig war das früher mal ein Comic-Podcast tatsächlich. Ich hörte davon. Ich hörte davon, ja. Wir haben tatsächlich mit Superman und Batman so angefangen und so Zeichentritt-Film. Das ist ja voll Mainstream, voll diese Superhelden-Filme gedöhnt. Genau. Das machen wir schon auch noch. Und deswegen haben wir heute tatsächlich auch mal einen richtig echten Comic-Künstler hier zu Gast, nämlich den Florian. Florian, komm mal zu uns. Herzlich willkommen. Ja, genau. Au. Genau. So spart man sich das Rasieren am Morgen. Genau. Du bist, genau, du hast, hier haben wir auch ein Handmikrofon. Hier ist ein Handmikrofon für dich, bitte schön, es ist warm. Guck doch mal, ob das geht. Geht das? Ich höre dich. Gut. In den Mund. Hallo. Genau. Du bist auch Comic-Leser, wie ich weiß, aus einigen Twitter-Unterhaltungen. Du zeichnest aber auch einen kleinen Webcomic, ne? Ja. Ich versuche es regelmäßig hinzukriegen, aber es ist momentan ein bisschen schwer, aber es sind über 600 Folgen mittlerweile. Das geht schon. Genau. Darüber reden wir nämlich gleich und auch noch so ein bisschen über Comic-Strips, da möchtest du darüber sprechen. Wie bist du denn mit deinem Webcomic angefangen? Das ist fast 20 Jahre her. Das war irgendwie so eine Schnapsidee. Ja, tatsächlich. Okay. Goldbrand. Damals glaube ich noch nicht, aber ähnlich vermutlich. Die Figuren basieren auf Klassenkameraden von mir damals. Ich habe zu keinem mehr heute Kontakt, das wird Gründer haben. Kennen die den Comic? Teilweise tatsächlich, ja. Wobei damals sah es noch ganz anders aus. Das war so wirklich 1999 oder so, da habe ich angefangen und dann lag er still. Und dann habe ich irgendwann, 2008 habe ich wieder ausgegraben, ein bisschen weitergemacht und dann lag er still. Und dann kam Twitter und dann habe ich irgendwann gedacht, kräbst du nochmal aus. Ja. Und wie gesagt, jetzt sind es 600 Folgen plus. Genau. Und der Comic, das können wir nochmal zusagen, da heißt das Leben ist Nuff da. Ja. Was ist Nuff da? Das ist eine sehr gute Frage, ich habe keine Ahnung. Du brauchst keine Ahnung. Ich vermutlich das Leben. Das Leben, das Leben, ja. Das sind immer so großnasige, so Werner-Figuren, hätte ich jetzt fast gesagt, schon so ein Stück weit, ne? Ich sehe sie sehr real gezeigt. Naja, gut. Ja, und was sind da so die Themen, die du da behandelt? Quer durch. In den letzten Jahren kamen auch so ein paar Podcast-Themen dabei, aber wirklich, ja, das ganze Leben halt. Jetzt sag doch mal, so für die Leute, die sagen, boah, ich habe gar nicht Zeit, noch einen Comicstrip zu lesen. Wie umfangreich ist es denn? Wie lange braucht man, um es zu lesen? Zehn Sekunden. Zwanzig, wenn mal viel Text ist. Es sind wirklich nur diese kleinen Strips, drei oder vier Bilder, manchmal auch nur eins. Also, das kriegt man schnell gelesen. Wie lange brauchst du dafür, bis du jetzt, also, ne, Lesen haben wir jetzt festgestellt, Zeichnen? Wenn die Idee da ist und ich, ja, nicht irgendwas Außergewöhnliches habe, dann ist der auch in zehn Minuten fertig. Fertig jetzt? Okay, es ist immer noch ein Verhältnis, ne, zehn Sekunden lesen, zehn Minuten schreiben, das ein bisschen schief ist, aber hätte ich jetzt mehr gedacht. Na, ich kopiere sehr viel. Ja. Aha. Das heißt, du machst das digital? Ja. Komplett in einem alten Paint. Das hat euch am besten funktioniert. Das ist auch schön retro. Hast du irgendwelche Inspirationen, also sowas wie Garfield oder sowas, ist da irgendwo eine Inspiration dabei? Ja, ich bin tatsächlich ein großer Fan der klassischen Zeitungs-Comic-Strips und gut, direkt inspiriert. Die meisten sind ein bisschen zu brav, dann muss man schon nach Webcomics gucken, aber, ja, Inspiration kommt auf jeden Fall. Ja, das ist, also ich merke halt, das sind also wirklich so diese klassische Aufbau, wirklich so zwei Unterhaltungs-Bänden und dann kommt eben so diese Punchline im Dritten. Das ist relativ, funktioniert auch sehr gut, also ich lese es immer sehr gerne und ich finde es schade, dass dein Account so geschützt ist, dass man es so selten so gut retweeten kann auch, ne? Das könnte sich bald ändern, vielleicht kriegt der Comic-Strip in Kürze einen eigenen Account und dann kommt immer alles von Anfang an drauf, dass man das wirklich dann zusammen hat. Hier habt ihr es zuerst gehört. Entschuldigung bei Nerd, 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 Nerd. Genau, exklusiv. Genau. Genau. Ja, du hattest gerade angesprochen Comic-Strips und Webcomics, liest du da aktuell irgendwas? Ich lese einen großen Haufen, es gibt ja einige Seiten, die die aktuell Erscheinenden sammeln und es gibt einige Archive, wo man wirklich, ist ja eine Kunst, die 100 Jahre zurückgeht und über 100 Jahre schon. Und da kann man einiges finden und da gibt es großartige Schätze zu entdecken und es gibt auch aktuell ein paar schöne, die man so lesen kann. Ich bin ja ein großer Fan von Calvin und Hobbes. Ja. Das ist ja fantastisch. Garfield hat ein bisschen abgenommen in den letzten 40 Jahren. Ja. Aber das liegt auch daran, dass da jetzt ein Team... Ich dachte, er hat zugenommen mit der vielen da dann. Der war von Anfang an schon relativ rund. Okay, okay. Ja, aber da arbeitet jetzt ein Team dran. Genau, also nicht mehr Schlange mit Matthew Davis. Genau. Welche würdest du jetzt so als deine Lieblings-Sepcomics-Cartoon so bezeichnen? Schwer zu sagen, das ist je nach Laune. Von den Zeitungscomics würde ich so sagen, wie Pearls Before Swine. Das ist ein sehr gemeiler Humor, der passt zu mir. Du kennst das? Ich kenn das. Ich kenn das. Ich kenn das. Gibt auch einen jährlich erscheinenden Monatskalender dazu oder Wochenkalender sogar. Sehr witzig. Ja, es gibt da viel Schönes. Man muss einfach mal reingucken, da findet man auf jeden Fall was. Das ist fein. Gibt es Plattformen, auf denen du jetzt unterwegs wärst? Einer heißt, glaube ich, Webtoon oder sowas? Nein, nein. Exklusiv bei Twitter. Oh. Ich habe festgestellt neulich, man kann relativ gut bei Instagram tatsächlich Webcomics lesen. Da war ich sehr begeistert. Ich habe irgendwie 100 Accounts, denen ich folge und ich glaube, so 80 Prozent davon sind tatsächlich Comic-KünstlerInnen. Das ist ganz spannend. Der Steffen und ich waren letztens, ich trage das T-Shirt dazu, bei der Comic-Invasion in Berlin. Und wir waren bei einem Comic-Zeichen-Workshop. Hast du sowas auch mal mitgemacht? Oder angeboten? Nein. Nee, gar nicht. Nein. Das ist wirklich kein Talent, das sieht man ja an meinem Comic-Film. Ja, weil es gibt ja auch so diese These, es gibt eigentlich gar nicht so den falschen Comic-Zeichen-Stil, sondern höchstens das falsche Publikum dafür. Also musst du im Grunde genommen nur die Leute finden, die es gut finden auch. Solange es zu dem passt, was du machst, dann ist das kein Problem. Finde ich auch, ja. Gut. Ich könnte jetzt keine Superhelden-Comics machen, das würde jetzt nicht so passen. Gut, aber hast du mal Sergio Alagonis gelesen, die Comics, er hat ja auch Superhelden-Comics gezeichnet, also es passt schon. Von den Nasen. Von, ja, doch, also. Du hast gerade im Vorgespräch noch erzählt, dass du ja auch ganz viele Print-Comics hast. Ja. Also wir sprachen kurz drüber, der Steffen und ich sind ja vor kurzem umgezogen. Mit meiner Bibliotheke. Und meiner? Ja. Zwei Bibliotheken, das war eine blöde Idee. Zwei Problem. Ganz blöd. Was würdest du schätzen, wie viele Comics hast du denn in deiner Sammlung und seit wann sammelst du? Ich habe eine Liste, da sind dann die Trades drin als Einzelhefte und das sind 250.000 etwa. Trades? Nein, also Einzelhefte. Einzelhefte, okay. 250.000. Darf ich mal bei dir vorbeikommen? Wie viele Nullen sind das? Hilf mir nochmal. 250.000. Es ist also ein bisschen Platz. Okay. Ich bin beeindruckt, also da kommt meine Sammlung dann doch nicht gegen an. Du musst aber nicht demnächst umziehen, oder? Nein. Wenn, wir könnten nicht, wir hätten keine Zeit. Genau. In meinen Comics war das schon echt ein Problem und ich habe so ein relativ großes Regal voll. Das war schon verhältnismäßig viel, glaube ich. Ja, ich habe im Keller einen großen Raum. Ich werde demnächst mal aussortieren wieder, weil es geht halt nicht anders. Welches Genre? Wahrscheinlich auch Superhelden, wenn das so... Auch dabei, aber so quer durch auch. Hast du da auch Lieblinge und vielleicht auch so einen Geheimtipp für Leute? Hau raus. Mein Geheimtipp ist immer Strangers in Paradise. Eines meiner absoluten Lieblingscomics wird dieses Jahr 25 von Terry Moore, heißt der Autor und Zeichner. und es ist eine großartige Geschichte über Freundschaft, Liebe, Sex und die Mafia. Ist fantastisch. Okay. Ja. Ja, wir hätten, glaube ich, wahrscheinlich noch ein paar Minuten Zeit. Hast du mal überlegt, das professionell zu machen? Oder sagen wir anders, es zu monetarisieren in irgendeiner Form? Dann müsste ich, glaube ich, ein bisschen mehr hinten dran sein. Und dann habe ich keinen Spaß mehr dran. Okay. Aber es ist auch sicherlich mit Patreon oder sowas heutzutage auch Möglichkeiten, das ein bisschen mehr zu finanzieren. Aber es ist wirklich nur ein Hobby. Ja, ich glaube, das muss einfach auch wirklich ein Publikum finden. Und ich hoffe, und wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen, dass das mit dem Twitter-Account, wo das wirklich ein bisschen dann auch funktioniert, auch... Ich hoffe es auch. Den verrätst du uns dann, oder? Wenn ich ihn angelegt habe, ja. Ich vermute mal, LebenistNufta.de oder sowas, oder Twitter, irgendwie sowas. Wenn es noch nicht belegt ist. Wobei, Nufta ist ein Kunstwort, das dürfte... Dürfte noch frei sein, ne? Wir haben doch hier so eine Social-Media-Expertin, die könnte das ja mal parallel recherchieren. Darf ich mir das Mikro mal abnehmen? Welche Comikerfahrung habt ihr denn bei dir, Christopher, weiß nicht, du bist auch Comiclesender, ne? Ist es dann? Ja, ich habe da immer mal wieder Phasen, wo ich so die klassischen Batman-Sachen hauptsächlich lese. Also eher tatsächlich beim Film eher Marvel, aber dann beim Comics eher DC. Und von Webcomics lese ich hauptsächlich oder sehr regelmäßig questionable Content, der ja auch schon sehr lange existiert. Aber wahrscheinlich bei weitem nicht so viel wie ihr beide. Geht das mal an Volker weiter. Volker liest ja auch sehr viel Comics. Volker liest Comics? Ja, ich muss mich da Christopher anschließen. Also bei mir hauptsächlich Batman, so zum Lesen. Vielleicht auch ein paar andere DC-Sachen. Filmmäßig ist leider Marvel dann doch das Bessere. Genau. Becci, wie sieht das bei dir aus, so Comic-mäßig? Ich weiß, ein paar Sachen sind dabei. Ja, ich gucke eher so Cartoons im Fernsehen und lese mir dann so Comics durch, die dazu gezeichnet werden, so von Steven Universe oder sowas. Und ansonsten Webcomics, natürlich The One and Only Sarah Burini, Leben ist kein Ponyhof und so, da bin ich natürlich am Start. Aber ansonsten ist es jetzt noch nicht so weit oben auf meiner Liste von so vielen Dingen, für die ich mich interessiere. Und bei dir, Mirko, ist da zwischen der ganzen Archäologie noch Zeit für Comics? Inzwischen tatsächlich ja. Oh ja, ich muss näher ran. Inzwischen tatsächlich ja. Ich fange gerade an, ein bisschen auch beeinflusst jetzt durch meine neue Partnerin, die ganz intensiv dabei ist. Und damit ich dann auch überhaupt verstehe, worum es da geht, wenn sie was sagt, fange ich jetzt auch an. Das kenne ich, Mirko, wir können eine Gruppe bringen. Da fange ich jetzt auch an. Aber das Schöne ist, da hat man jetzt auch ein riesengroßes Feld, das man jetzt selbstständig nochmal bakern kann. Und kriege natürlich auch überall schöne Tipps. Ich mache mir gerade innerlich sozusagen Notizen. Sehr gut. Wir prüfen das beim nächsten Mal. Genau, hier wird alles abgefragt. Also in einem Jahr kommt ihr nochmal her und dann wird hier ein Test gemacht. Ja, hier fliegen immer diese riesigen Libellen rum. Das ist echt ein Faszinosum. Ja. Florian, du kriegst das Mikrofon wieder. Wir haben noch ein paar Minuten vermutlich. Ich weiß nicht, wann das hier weitergeht. Ich habe keine Ahnung. Ah, oh, was ist das denn? Das klingt aber wie Godzilla. Entschuldigung, ich hatte Zwiebeln auf der Pizza. Ja, ich glaube, jetzt ist als nächster Programmpunkt nämlich das erste Aktionsspiel. Florian, du kannst hierbleiben. Wenn du möchtest. Wenn du möchtest. Hier kommt Jörn Scha vom High Alarm Podcast. Jörn Scha. 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 Jetzt gibt es hier jetzt das große Monsterfilmquiz und dazu seid ihr hier. Ihr habt wahrscheinlich so wie ihr sitzt schon Teams getetet. Ich wollte einfach hier in der Mitte splitten. Das heißt ein Team aus Becky und Mirko und Christopher und Volker an der Stelle. die Musik ist zu Ende und da kommt die Spannungsmusik dann kann es jetzt losgehen wir haben eine Kurzhandlung von mehreren Filmen die es vielleicht gibt vielleicht aber auch nicht die lese ich vor und die Frage ist existiert dieser Film wirklich da draußen? ihr müsst nicht auf den Titel kommen wenn es den Film gibt, dann verrate ich ihn aber das ist es eigentlich auch schon und wenn ihr die Lösung habt wenn ihr euch einig seid einfach reinrufen wir kriegen das zurecht und es geht los mit einer jungen Frau die versucht ihren Freund zu verstecken dessen Gehirn in einem mechanischen T-Rex transplantiert wurde gibt es diesen Film oder gibt es ihn nicht? okay wir haben eine Antwort wir haben zwei Antworten ihr seid leider nein leider gar nicht den gibt es nämlich wirklich er heißt Tammy and the T-Rex ist von 1994 das ist glaube ich der erste Film oder einer der ersten großen Filme mit ich habe vergessen wie er heißt hier The Fast and the Furious den einen da ich dachte du meinst den T-Rex aus Jurassic der hätte er auch gut versuch was nochmal der verstorben ist Paul Walker der spielt nämlich den T-Rex kein Nitz okay nächster Versuch für euch alle zehn Jahre erwacht ein Dämon der einem Bett die Kraft gibt Leute zu fressen gibt es einen Film mit dieser Grundidee ja oder nein okay ja das stimmt das Ding heißt Deathbed The Bed That Eats dann hast du jetzt Mirko die Gelegenheit ans eine kurze Filmkritik zu geben das ist schrecklich aber unterhaltsam das kann ich bestätigen ausdrücklich nicht schrecklich unterhaltsam wenn ich das mal kurz nochmal betonen darf um gegen einen riesigen Hai kämpfen zu können wird ein Roboterhai gebaut der dann eine amerikanische Küstenstadt verwüstet gibt es so einen Film Frage an euch also alle Daumen gehen nach oben und das stimmt auch aufmerksame Hörer des Hai Alarm Podcasts haben ihn vielleicht erkannt es geht um Megashark vs. Mechashark spielt übrigens unter anderem mit der Schauspieler von T-Alk aus Stargate der ist da einer der Experten die diesen Film diesen Mechashark steuern und gegen den Megalodon antreten lassen der da doch ziemlichen Schaden anrichtet 2014 rausgekommen nach einer Party am Meer werden Jugendliche vom Strand gefressen nicht am Strand sondern vom das ist die die ausdrückliche Frage gibt es einen Film in dem Jugendliche von einem Strand gefressen werden nein leider nein leider gar nicht diesen Film gibt es wirklich The Sand von 2015 aber auch bei den Leuten die jetzt auf Ja getippt haben ratlose Gesichter also das ist sie sehr schön und zu Recht möchte ich jetzt ja lebendige Riesentomaten terrorisieren Amerika das ist einfach ja genau genau Attack of the Killer Tomatoes von 1978 dann haben wir hier noch wir bleiben botanisch Pflanzen bringen Menschen dazu sich selbst umzubringen auch ziemlich eindeutig The Happening in diesem Fall von 2008 Drei Kinder werden durch ein Portal in den Fernseher gezogen und dabei landen sie in ihrer liebsten TV-Serie über Anthropomorphe Dinosaurier Wer schreibt solche Filme gibt es sie man weiß es nicht Zwei Daumen gehen runter zwei gehen hoch und das war die richtige Entscheidung Dinosaur City von 1991 Versuch Nummer 8 habt ihr eigentlich irgendjemand mitgezählt welches Team der Stand senkt achso ich dachte das wäre auch meine Aufgabe nochmal ganz kurz ein bisschen ich werde keine Punkte verteilt ein Serienmörder kommt mit Genmaterial in Berührung und mutiert zu einem Achtung Killer Schneemann da gehen die Daumen hoch runter hoch runter hoch runter alle hoch jawohl den gibt es wirklich 1997 erschienen Jack Frost heißt das gute Stück und ich will nichts weiter darüber sagen nein auch weil ich ihn nicht gesehen habe hängt zusammen liegt glaube ich sogar schon mal bei Schlefahrts tatsächlich mit Sicherheit genetisch veränderte Schafe beißen Menschen die dann zu bösen Wehrschafen werden Statt Wehrwolf Wehrschaf haben wir uns das ausgedacht ja oder nein ihr sagt alle ja und ihr habt recht damit es ist Black Sheep von 2006 ja hast du auch schon gesehen Milko einen merkwürdigen Filmgeschmack ja dann viel Spaß mit dieser Information und einen schönen Tag ja vielen Dank vielen Dank Björn Schaar vom Heiland Podcast ihr wart viel zu gut ihr wart vor der Musik fertig es ist unfair es ist unfair jetzt muss Milko noch was über Filme erzählen wie kommst du dazu sowas zu gucken Filme sind ja schon eine alte Erfindung die bereits alter Podcast sehr schön wie kommt das du auch so nicht dass das jetzt verwunderlich ist aber ist das auch so dein Geschmack mit diesen Trashfilmen hätte ich jetzt gesagt was heißt Geschmack also manchmal ist es ganz lustig diese Trashfilme zu gucken weil man einfach das Gehirn abschalten kann manchmal ist das glaube ich auch ganz schön eben nicht sich fachlich mit Dingen auseinandersetzen zu müssen es gibt ja tatsächlich auch bei so Lindenstraße oder was ich wie die ganzen Vorabzählen die halt wenn man so schaut wer das guckt ein ganz hoher Akademikerteil dabei weil die einfach tatsächlich da ganz gut entweder das satirisch oder ironisch gucken oder eben tatsächlich einfach was gerne ausschalten können das glaube ich bei mir ähnlich also manchmal vergesse ich es dann wieder einzuschalten aber ja das Segment was ihr jetzt gehört habt kommt unverkennbar aus dem König der Podcast zu unserem Podcast über Godzilla Filme und all das und habt ihr da schon Berührungspunkte gehabt Christopher nickt ich sehe noch nicht ob es ein begeistertes Nicken ist also da ich ja eine gewisse Affinität zum japanischen Kino habe habe ich auch schon einen oder anderen Gojira Film gesehen ich glaube der beste den ich je gesehen habe war jetzt der aktuelle Toho oder wie heißt die Film Shin Gojira und auf Netflix gibt es ja diese zwei Filme die eben weniger gut sind Planet Godzilla oder so also ich habe den noch nicht gesehen den zweiten ich habe auch keine großen Erwartungen und dann gibt es natürlich die amerikanische mit Brian Cranston der war ja ging so amerikanisch halt Volker wie sieht das bei dir aus also ich kann mich erinnern so als Teenager ich hatte einen Freund der mich da immer reingezogen hat dass wir gemeinsam Godzilla gegen Meckern Godzilla gesehen haben alleine hätte ich die nie im Fernsehen entdeckt weil ich durfte zu der Zeit zu Hause kein Fernsehen gucken wenn der so lief und dann natürlich Brian Cranston musste ich mir angucken meine Erfahrung mit Godzilla besteht aus T-Rex-Stickern in diversen Messengern ja Godzilla hat auch schon die neuen sozialen Medien erobert ja es gibt auch Menschen die sich in T-Rex-Kostüme stecken und lustige Videos machen die man dann als GIFs vertwittern kann ja auf so Schlittschuhen das machst du zu selten auf Schlittschuhen mich in ein Godzilla-Kostüm stecken oder diese GIFs vertwittern diese GIFs vertwittern aber das Godzilla-Kostüm würde ich auch gerne mal sehen ja das brauchen wir auch noch ein Godzilla-Kostüm ja was passiert mit den Alten aus den Filmen eigentlich das weiß ich nicht zum Teil werden die zerstört tatsächlich nein oder die sind dann irgendwann so abgefilmt dass die einfach zu Staub zerfallen zum Teil während der Filme also das ist ein Phänomen das habe ich auch schon gesehen weil die sich so hin und her wabbeln tatsächlich ja genau genau so da sind wir hast du noch du kennst du auch Godzilla-Comics kennst du Godzilla wie sieht es denn mit dir und Godzilla aus möchtest du darüber sprechen also ich habe tatsächlich alle Filme zu Hause okay nur nicht alle gesehen muss ich zugeben aber noch dann laden wir dich den Max auch zum König der Podcast sein gerne ja und ja es gibt tatsächlich Godzilla-Comics es gab dann in den 70ern mal eine Marvel-Serie und dann jetzt IDW hat einiges rausgebracht in den letzten Jahren von schwankender Qualität ich habe nur einen Teil davon gelesen aber ja die Marvel-Comics die stehen auch bei mir gesammelt im Regal die sind große Klasse tatsächlich also wenn ihr mal wirklich sehen wollt wie die Avengers gegen Godzilla kämpfen das ist ein Phänomen es ist richtig abgefahren kämpft Hulk bei den Avengers mit oder bei Godzilla bei den Champions da gibt es eine richtig geile Love-Story vielleicht auch nicht es gibt es gibt einen Comic da kämpft Hulk gegen Fing-Fang-Foom okay und das Comic hat den Plot von The Thing es ist exakt es ist ein sehr sehr abgefahrenes Comic kann ich nur empfehlen oh andere Musik jetzt kriegen wir gleich einen neuen Gesprächspartner der sich auch die Schuhe zubindelt genau ihr könnt ihr könnt gerne einen fliegenden Wechsel machen damit der Stuhl frei wird genau genau jetzt haben wir äh geht dann tschüss tschüss wer den Flo noch hören wollte schaltet beim KDBG äh Podcast ein König Bube Dame Gast das ist der Stephen King Podcast Stephen King Podcast ich habe den Namen gerade vergessen jetzt hier auf der Bühne ist Kai hallo möchtest du dich selber vorstellen ich bin Kai hallo das bin ich Kai kennst du dich gut mit Animes aus ja ganz okay guckt manchmal so einen japanischen Film ja das öfter genau ähm denn wir reden hier bei Nerd 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 auch öfter mal über Animes das kommt auch manchmal vor und äh Kai und ich hatten schon mal das Vergnügen zusammen mit äh Lara der nicht mehr Auslandsschweizerin oder vielleicht immer noch äh in einem gemeinsamen Podcast mal über Animes zu sprechen und da habe ich gedacht warum wiederholen wir das nicht heute mal ähm ich habe jetzt ein das letzte halbe Jahr ziemlich damit zugebracht Animes zu sehen oh ja nachgeholt nachgeholt vielleicht weniger aber zumindest aktuell versucht ein bisschen ja wir wurden vom Japanry reingezogen und dann waren wir nicht mehr zu halten ich glaube unsere Aufnahme war auch während während irgendwann im Januar glaube ich auch so ne das ist ja schon so lange her das ist schon ein halbes Jahr her glaube ich das kann gut sein ja ähm und ich habe schon aufgeholt nicht nachgeholt ähm vielleicht vielleicht reden wir gerade mal so ein bisschen über die aktuelle Season ähm was guckst du gerade aktuell? äh die aktuelle die jetzt vor kurzem angefangen hat nicht viel ich werde auf jeden Fall Attack on Titan weiter gucken da sind glaube ich schon drei Folgen erschienen ich habe aber noch keine davon gesehen bisher noch keine ich habe ja von Attack on Titan noch gar nichts gesehen möchtest du mal eigentlich weiß man das aber willst du mal erklären worum es da geht? ähm ja in einer nicht so richtig näher bezeichneten Welt die ein bisschen mittelalterlich anwirkt aber man weiß nicht wann wie wo äh ja eher so ein bisschen Steampunk mäßig gibt es riesige Titanen die warum auch immer Menschen essen obwohl sie keine Verdauung haben und deshalb bauen die Menschen riesige 20-30 Meter hohe Mauern um sich dagegen zu schützen das ist sehr abgefahren gibt es auch eine Realverfilmung die ziemlich mies sein soll da scheiden sich die Geister generell bei Realverfilmung und japanischen Filmen jetzt Kühe hast du eine Kuh eingeladen? ne also Kuckucku machen wir hier noch nicht oder Mumu ne ähm ja und ähm du sagst das gerade in aktuellen Season guckst du wen nicht was guckst du da gerade? oh doch so viel nichts ja sonst nichts ich glaube ähm Lara das geht so nicht du musst dir mehr Sachen gucken Hero Academia läuft glaube ich noch das guck ich noch aber aktuell spricht mich da nicht so viel an muss ich sagen gut dann können wir über die aktuelle Season nicht reden dann reden wir über die Spring Season erzähl doch bitte erstmal für die die das nicht gut kennen was es mit diesen Seasons auf sich hat ja das ist glaube ich inzwischen mit dem mit dem japanischen Fernsehen hätte ich jetzt fast gesagt so dass da einfach keine Jahresstaffeln mehr kommen sondern dass im Grunde genommen alle drei Monate alle vier Monate neue das ist immer so quartalsmäßig eigentlich also eine Season hat entweder 13 12 bis 13 Folgen oder halt das wäre dann ein Quartal oder sie ist länger angelegt dann hat sie das Doppelte eben ja also viele Serien ist wirklich zwei Staffeln schon das höchste der Gefühle dass Serien so lange laufen wie jetzt beispielsweise My Hero Academia oder Food Wars das ist schon relativ selten tatsächlich ähm ja weiß ich nicht hast du in der Spring Season was gesehen du guckst gerade auch so irritiert ja Lara ist großer Fan von Juho Camp das ist so Slice of Life Serie wo es eigentlich um nichts anderes geht als Schulmädchen die gerne campen gehen und essen essen das war's ich mag die Serie auch gucken Lara treffen wir uns dafür mal sehr gut den Essenteil mag ich besonders gerne das guckt mich doch nicht so an da müssen wir ja doppelt so viel Essen machen wenn du mitguckst ja und da ich jetzt Laras Anime Geschmack kenne äh hab ich ihr jetzt K-On vorgeführt da hab ich mal eine Folge von gesehen tatsächlich aber das ist schon wieder ein paar Jahre her da geht's ja eigentlich auch nur darum dass Schulmädchen Musik machen wollen aber im Endeffektiv tun sie eigentlich fast nur Essen die ganze Zeit okay hast du schon Food Wars gesehen Lara? äh ja ja sie ist extrem ernst sehr überzeichnet sie hat irgendwie ein, zwei Folgen gesehen und ähm es ist halt sehr überzeichnet ich glaube es ist nicht so ihres weil das ist so eine Serie die mich noch sehr reizt aber die hat irgendwie auch schon 25.000 Millionen Folgen da äh ich hätte jetzt tatsächlich müssen ich hätte mich vielleicht vor mir unterhalten sollen gehofft dass ich ein bisschen über den aktuellen Animes reden kann äh du hattest Inu Yashiki schon gesehen ne? ne das hab ich nicht gesehen auch noch nicht gesehen oder oder ich verwechsel's gerade das mit den beiden Typen die zu Robotern werden ne nein hast du nicht gesehen gut ja soll ich was fragen? Beki möchte was fragen? ich hab noch nie aktuelle Animes gesehen wenn man mit sowas mal anfangen will was empfehlt ihr denn da? habt ihr da jeder so einen Tipp? ich glaub so ein ganz guter Einsteiger ich empfehle mal ganz gerne Death Note das geht meistens ganz gut was ist das? ähm 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 ich wollt nur fragen was das ist Death Note genau ich wollte dir das nur geben das Mikrofon genau nein Death Note ist glaube ich ein Jugendlicher findet ein Notizbuch und äh jeden Namen den er in dieses Notizbuch äh schreibt äh diese Person stirbt dann und ähm das ist ziemlich politischer Thriller tatsächlich weil er das irgendwann so für so einen ja zweifelhafte Wohltaten tatsächlich tut also er tötet Gottkomplex genau also er tötet so ein Gottkomplex sagte äh Kai gerade genau er hat halt so ein Gottkomplex ein bisschen weil er gesagt hat okay ich nutze das jetzt um alle bösen Menschen einfach umzubringen und seine Moralvorstellungen da halt quasi durchzusetzen der hat so einen so einen Totengeist ähm der ihn halt die ganze Zeit begleitet der ist ziemlich schrill ähm und ähm die Polizei und sein Vater ist glaube ich auch bei der Polizei so war das genau äh die versuchen ihn dann eben auch ähm ähm dingfest zu machen und er wird aber irgendwann in dieses Team mit reingeholt weil er so schlau ist und versucht dann aber die ganze Zeit zu verhindern dass sie ihm äh auf die Schliche kommen und das ist relativ spannend gelöst fand ich genau und der Witz daran ist eigentlich ist es so ein so ein Battle of the Wits also er wird als sehr intelligent dargestellt und er kriegt dann relativ schnell einen Gegenspieler der ihn jagt der in etwa auf seinem Level ist und das ist ähm sehr weit gedacht und ähm auf hohem Niveau äh kriegen die sich dann sozusagen das ist so ziemlich verworren und irre und also ich hab jetzt von der Serie nicht allzu viel gesehen ich hab aber die beiden Realfilme gesehen das sind es gibt nur die ersten drei es gibt drei Realfilmungen äh japanische der dritte hat mit der Serie glaube ich gar nicht mehr allzu viel zu tun aber die ersten beiden fand ich doch relativ ordentlich losgelöst von der äh Vorlage die fand ich doch sehr sehenswert ähm ähm genau aber ihr müsst doch einer von euch äh eventuell ähm in eurer Kindheit schon mal Kontakt gehabt haben zu Animes also sowas wie Heidi Heidi, Vicky, Binamaya Christopher also ich hab tatsächlich Binamaya gesehen und Heidi aber da hab ich das nicht als Anime wahrgenommen sondern das war ein Film der Kika oder Serie dem Kika kam ähm und ich hab dann erst auch erst später erfahren dass bei Heidi ja tatsächlich Studio Ghibli äh genau beteiligt war äh welche also ich hab mich ich hab ich schau auch nicht so viele Animes ähm eine Serie die ich angefangen hab war Yuri und Ice weil alle da irgendwie drauf abgegangen sind äh natürlich hab ich Avatar gesehen obwohl ich da glaub das ist so ein bisschen verpönt weil das ja amerikanisches Anime ist das ist eigentlich eine amerikanische Serie mit sehr großen Anime Anteilen ja genau und äh sonst äh irgendwas wollte ich sagen zählen eigentlich Filme auch zu Animes also wenn sie nicht auf Anime Serie basieren oder ist das dann was anderes ja so Animes auch Original Animes gibt's ja auch ne weil dann hab ich dieses Jahr relativ viel Makoto Shinkai also angefangen mit Your Name äh gesehen und dann die anderen Filme also so äh 5cm per second und seine ganzen anderen Filme die ja alle sehr äh im Grunde tragisch sind aber auf so eine verspielte Art ich fand ja von äh von seiner Reihe tatsächlich Your Name wirklich so den ich hab ja schon ein Mikro ich weiß ähm äh äh Your Name tatsächlich so mit den Besten ich hab noch nicht allzu viel von ihm gesehen ich fand vor allem äh The Place Promised in Our Early Days heißt der glaube ich den fand ich relativ lahm muss ich sagen also der hat mir nicht so wirklich gut gefallen also The Place Promised in Our Early Days ist halt im Grunde ähm ich glaub der hat so ein politisches Level mhm und ähm bei ihm geht's ja auch immer um um Entfernung und Trennung und ich glaub einfach er steigert sich einfach also er ist das Thema wird immer wieder von ihm behandelt und steigert sich dann von jeder Iteration und Your Name ist ja auch nicht umsonst so eingeschlagen weil's halt so gut ist das läht's mich Volker wie sieht das bei dir aus? also äh Heidi und Bine Maja würde ich noch Nils Holgersson hinzufügen da weiß ich aber nicht ob das aus Japan kommt doch tatsächlich das hab ich definitiv in der Kindheit gesehen äh ja dann wenn man nicht japanisch denkt äh auf jeden Fall hab ich gerade mit meiner Tochter Shira beendet die alte Serie aus den 80ern äh und jetzt gerade bin ich äh ziemlich äh fix dabei um Steven Universe zu gucken der nach der ersten Folge was mich total wundert jetzt auf einmal total genial ist ja das hatte ich ja gesagt guck mehr als eine Folge ja ja auf jeden Fall da ist aber auch tatsächlich der Anime-Anteil relativ groß also die Inspiration stammt da ja auch eher so aus dem japanischen ja also äh Rebecca Sugar zieht ja da sehr viel vor allem aus dem Mecha-Bereich äh und äh ja hat da sehr viele Anime-Einflüsse also ich fand ja sogar geil dass die äh Yamshu-Todes-Szene wie er dann da in dem Krater liegt auch mal zitiert worden ist und das ist also wirklich ne ein Freudenfest für alle Anime-Fans ich stell mal wieder die Anfängerinnen Fragen Anime heißt Zeichentrick aus Japan? das ist im Grunde genommen in Japan eigentlich die Kategorie für alles Gezeichnete aber hier im Westen sagt man eben oh 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 Musik Musik ähm äh sagt man halt eben für japanische Serien Zeichentrickserien Anime so wir haben ein weiteres Aktionsspiel das wird ein Spaß jetzt geht's jetzt geht's um den Kindergeburtstag so wir haben nicht umsonst zwei Teams bilden lassen ähm wir bitten eins sich mal stehend hier drüben zu platzieren und das andere da stehend bitte wir räumen dann wahrscheinlich auch reicht das vom Platz mit zwei Leuten? Muss Muss so ist das Kabel lang genug? na sieht ganz gut aus ich glaube ja ich enthältere uns mal nicht mehr so ah ich weiß nicht ob ihr die Beschreibung gesehen habt die ihr äh die im Internet stand aber da stand was von Geschenkpapier und Einwickeln und naja wir haben gesagt wir machen ein kleines Spiel daraus wollt ihr ein Spiel spielen? ähm und da falls es nachher Beschwerden geht äh ihr habt das ein bisschen der Lara zu verdanken genau das war mal ein blöde Twitter-Bürdelei ihr möchtet Anna das ist Anna ja möchtet Anna es geht ja drum ähm und es geht nicht nur um Schnelligkeit sondern euren Partner eure Partnerin ähm in Geschenkpapier einzuwickeln damit es nicht hinterher Beschwerden gibt haben wir nicht so wirklich scharfe ähm Scheren eingekauft wir wollen ja nicht dass es Verletzte gibt das gehört zum Spiel das gehört zum Spiel noch nicht anfangen noch nicht anfangen so und ähm weißt du hast was zu Zeit stoppen da hast du ein Telefon dabei ich hab mein Telefon dabei ähm wir machen mal so ähm drei Minuten naja machen wir zwei Minuten äh sehr gut wenn ihr denkt es sei fertig und es geht aber auch um Schönheit und das Publikum stimmt dann hinterher ab mit Applaus das bisschen was noch da ist ihr kriegt auch Tesafilm äh nö ist auch mit Falten einpacken ist ja auch immer auch mit Falten wenn ihr es ganz toll machen wollt wir haben hier noch so halb angeschmolzene Babybel das ist wie Fondue der Nerd ist Jury ein bisschen und er liebt alles was mit Käse überbacken ist überlegt euch das genau das Publikum stimmt mit ab und äh tut sie jetzt an ich zähle an ich drücke auf Start äh genau und wenn ihr sagt ihr seid fertig dann seid ihr fertig könnt dann auch aufhören und das andere darf dann aber noch fertig machen aber bei drei Minuten ist definitiv Schluss ja okay drei zwei eins und ab dafür okay verschiedene Ansätze sehen wir hier äh einer Wickel Wickel und Rolltechnik in dem Fall hier wird äh auf der Seite wird eher behutsam hier geht's eher auf Geschwindigkeit das sind nur zwei Meter da muss man ein bisschen ihr könnt natürlich auch die Papprolle in der Mitte mit benutzen ja Origami ist auch erlaubt oh da reißen schon die ersten ich würde jetzt interessieren tatsächlich ob Volker nachher einen Kopfstand macht oder ja vielleicht hinterher für die Dekoration noch wer weiß also soll auch noch einen Moment halten ja also müsste das schon noch einen Moment präsentieren können es sind jetzt noch zwei Minuten zehn wunderbar ja einpacken birgt ein gewisses Frustlevel ja ja ey diese Schere Leute was ist denn der das sind Bastelscheren damit Kinder sich nicht so schlecht verletzen das ist wir haben recht hier auf der engen Bühne genau müssen wir da genau hier ist auch die Technik dass es an der Kleidung festgemacht wird ja es ist ein bisschen wie bei diesen trägerlosen Kleidern bei den Schauspielerinnen auf den Kremieren immer genau man kann es dann aber auch von unten festkleben ja also an den Brustbarzen beispielsweise ja so hier wird auch geplant wie der obere Teil einzugracken ist aber Holger nimmt schon eine sehr interessante Pose ein ja eine 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 ich bin ich bin ein Geschenk-Pose hier wird hier wird im Letzchen-Prinzip gearbeitet wie ich sehe und Volker muss jetzt auch die Schneiderarbeit übernehmen das ist auch gar nicht so einfach ne es ist irgendwie äh ich bin letztlich hier gewogen mit der Schere habe ich noch nie gearbeitet sehr gut das ist genau genau so hier wird noch ein da wird da wird da wird da wird separat vom einzupackenden Objekt vorbereitet ich bin begeistert spannende Techniken auf jeden Fall ja ihr habt noch kriegt noch 45 Sekunden hier wird ein Babybel auf dem Kopf präsentiert und also Team Elsa ist fertig genau sehr schön äh es schmilzt Käse es schmilzt Käse auf den Volker uuuh und auf der anderen Seite ist es auch fertig sehr schön es sind nur noch 27 Sekunden auf der Ruhe hier ist es noch nicht so ganz fest aber naja gut ich würde sagen das ist auf beiden Seiten fertig ja auf jeden Fall einen Applaus wert ja wunderbar oh das hat noch nicht gut gehalten aber das ja ja das doch so wir bewerten das natürlich auch ihr als Publikum dürft wir könnten jetzt die beiden schön verpackten Podcaster auch direkt versteigern oder? für einen guten Zweck ja genau ja das haben wir nicht geplant aber was? ne hier na aber aber machen wir dann mal bevor das auseinanderfällt diese Provisorien das Ganze nochmal bewerten aber ich muss sagen also auf Seite Team Mirko und Becky wurde sehr schön drauf geachtet dass das Papier zum T-Shirt passt ja farblich das ist sehr gut geworden andererseits der Volker kann auch alles tragen ne ja wenn jetzt Spaghetti mit Soße ist kann da wenig passieren das ist richtig also tatsächlich dann bitte ich um einen Applaus für Team 1 wie gut fandet ihr es? okay und jetzt für Team 2 ja das ist lauter ja dann habt ihr geschmolzenen Käse gewonnen genau so sieht's wohl aus ja wir hätten hier noch zwei Trost geschmolzen ich weiß zwei Trost-Fondus das Fondue für die Hosentasche ja vielen Dank ihr seid entlassen und wir bedanken euch uns bei euch genau dafür dass ihr so tapfer hier mitgearbeitet habt ich find übrigens spannend dass niemand die Pappe mitbenutzt hat also das wäre ja auch noch eine Option gewesen ja das stimmt ich hätte dann den Anfang von meinem Tesa verloren ja ja jetzt war das Tesa schuld jetzt war das Tesa schuld super vielen Dank also Team 2 oder Team 1 hat dafür gesagt dass jetzt kann man es nicht mehr benutzen naja gut jetzt wird deine Tochter traurig sein Volker genau das Tesa ja vielen Dank sehr schön noch mal ein kleiner Applaus für alle Beteiligten wenn du möchtest darfst du auch gehen kannst aber auch noch hierbleiben wie du lustig bist nimm dir doch mal das Mikrofon dann darfst du mit uns abmoderieren genau dann machen wir das zusammen dann machen wir das so hier ist noch ein Kabel jetzt sind wir schon fertig wir sind jetzt gleich wir sind fertig also wir haben jetzt 12 Minuten vor 4 ist eigentlich eine gute Zeit für eine Abmoderation finde ich ja wir warten noch mal die Musik läuft ja noch wir können dann einfach auf das Ende der Musik warten ist doch schön die Musik ich bin versucht mitzusingen ich würde den Rest jetzt nutzen um euch selber noch mal einzupacken das könnten wir versuchen aber ich bin was Basteln angeht ich habe ja keine zwei linken Hände sondern vier Füße das kann ich bestätigen das kann ich bestätigen dann nimm doch die Füße dafür den Käse haben wir hier oben liegen das passt schon schon genug Käse hier passiert genau das war ein schöner Querschnitt durch das was eigentlich bei Nerdlander passiert also das was ihr hier heute auf der Bühne gesehen habt ist das was wir Woche für Woche machen weniger Aktionen dafür mehr Quatsch weniger Geschenkpapier wird verbraucht in aller Regel wir packen auch nichts aus wir kriegen ja immer keine Geschenke nee das stimmt warum eigentlich das ist schon ein bisschen traurig ja ich wünsche mir eine mieze Katze für mein Wochenendhaus die alten Leute freuen sich jetzt es haben noch zwei mehr gelacht Volker du bist nicht allein ich wünsche mir ein Wochenendhaus ja tja ihr hört uns immer sonntags irgendwann im Laufe inzwischen noch auf YouTube da geht es um um viele wunderbare Dinge falls euch das beruhigt auf YouTube sieht man uns normalerweise nicht also es ist hören im Podcast auch nicht nee nur weil also das wird man jetzt auf YouTube sehen fürchte ich ja ich hoffe also ich denke das wird euch nicht erspart bleiben aber wenn ihr möchtet natürlich die Standardsendungen genau ich danke allen die hier so tapfer auch mitgeholfen haben ich danke Florian wo ist er er ist schon wieder abgehauen wo ist er schon wieder abgehauen Jörn der auch gerade zu den der sich auch verdrückt der will mit uns nichts mehr zu tun haben dieser Blammer der winkt der winkt und Kai der hier noch tapfer mitsitzt außerdem vielen Dank ans Technik Team hinten im Zelt das möchte auch mal erwähnt sein Tim hat uns tapfer unterstützt genau come on yeah und da kommt schon die Abschlusse ja das war's das war's Dankeschön tschüss zum 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 Untertitelung. BR 2018